Guten Tag, Soldatinnen und Soldaten. Guten Tag, Frau Ministerin. Fang an zu singen. Mach ich. Du bist unsere mega-harte Föhnfrisur Transaltgranate. Hui, hui, hui. Wow, das ist einfach fantastisch. Hey, du fesche Panzerpuppe. Chefin von ner Billigtruppe. Hui, hui, hui. Da müssen wir deutlich besser werden. Oh ja. Wegen dieser Suppen Kasper fehlt der Truppe. Jetzt der Zaster voll gemein. Das geht überhaupt nicht. Nee, ne? Kanzlerin, willst du gern sein? Frag doch mal das Volk. Das Volk sagt nein, nein, nein. Die hat ein Imageproblem. Du hast verloren, sagt Schölenborn. Uschi von der Lein. Uschi von der Lein. Du brauchst für Drohnen. Tausende Millionen. Scheiß Situation. Uschi von der Lein. Da fällt mir gar nichts mehr ein. Schade eigentlich. Du hast ganz schön was verpennt. Man nennt dich schon Missmanagements. So'n Scheiß, Scheiß, Scheiß. Das dürfen wir nicht zulassen. Klapp dich selber in die Tonne. Leg dich in die Sonne mit nem Eis, Eis, Eis. Ha, gut auf zwei. Komm, trink'n Korn. Gib ihm die Sporen. Uschi von der Lein. Uschi von der Lein. Spiel lieber Horn. 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 Uschi, lass es sein.